Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine lange Geschichte. Sir Grey, bitte reitet William nach. Nehmt Männer mit, behütet ihn vor Unheil. My Lady. Barclay wird auf Rache sinnen. Saren hat mir die Abtei unterstellt. Ich muss sie zu einer undurchdringlichen Festung machen und das in kürzester Zeit. Leute kommen auf die Burg. Untertitelung des ZDF, 2020 Euer Exzellenz, wir bringen euch das heilige Zepter. Ausgezeichnet! Ohne dieses Artefakt und meine Unterschrift können sie keinen neuen König einsetzen. Wie ihr wünscht, wir schlagen die Teufel nieder. hoo! Das heißt, wir müssen Sie auch permanent nehmen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Zusätzliche Rationen. Wie schön. Danke. Danke. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Wählt die Güter aus. Diese Lieferung wird zurückgerufen, mein Lord. Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire. Die Güter sind auf dem Weg, mein Lord. Wie lautet die Mission? Holt sie euch! Waffenbrüder, auf die Welle! Waffenbrüder, auf die Welle! Waffen benötigt, Sire. Euer Zeichen, Sire? Bereits, Sire? Los geht's! Waffenbrüder, auf die Welle! Bogen schützen? Bereit machen! Die Männer sind guter Dinge. Rekruten benötigt, Shire. Wir sind eure Leute. Bogen schützen unterwegs. Augen auf, Männer. Ziehen los. Eure treuen Bogen schützen. Unsere Bögen werden singen. Das Fleisch ist schwach. Der Geist ist stark. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Das Werk des Satans führt uns hierher. Waffen benötigt Shire. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Das Volk verehrt euch, Shire. Wo ist der Feind? Wir sind bereit. Rauf auf die Welle! Bogenschützen! Vorbereiten! Das passt da nicht hin, mein Lord. Das passt da nicht hin, mein Lord. Ja, Shire? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Von Dauern, mein Herr. unsere sehnen sind gewachst gebt uns nur ein ziel das volk verehrt euch scheuer keine veränderung in der schatzkammer mein lord ein bauer hat das gesetz gebrochen mein herr bogen schützen bereit machen waffen benötigt wir sind eure leute eure treuen bogen schützen ein bogen schützen ein bogen schützen